auf nach berlin auf in die zukunft hallo freunde des videos willkommen auf meinem kanal ja Die Kamera ist da oben, wir haben sie ganz schön hoch angesetzt bis zu sehen, was da passiert. Du guckst dabei immer nach unten, aber da oben ist es. Die Kamera ist auf jeden Fall. Die Kamera ist auf jeden Fall zu sehen. Die Kamera ist auf jeden Fall zu sehen. Hahahaha So, das ist genau das Richtige für Frau Dorothea Flughaxi. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und wenn ihr wollt, nehmt den Skywalk und geht der Zukunft aufs Dach. Dann habt ihr einen wunderbaren Blick auf Teile des Regierungsviertels. Ja Leute, noch zwei Tipps zum Ende. Der Eintritt ist frei. Null Euro, null Cent. Und am Dienstag ist das Haus geschlossen.